Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Dust, hier euer Jidding am Start. Wir sind jetzt endlich, wir haben jetzt alle vier Villen abgecheckt. Wir sind endlich wieder hier dabei, ein neues Gewicht jetzt bald zu erforschen. Und ja, wir sind auf einem guten Weg in Richtung, in Richtung Crazy Cora. Oder wie die Alte hieß. Crazy Bitches. Crazy Old Bitches. Die an Geister und sowas glauben. Und Shit. Und ja, ich hab irgendein Auge bekommen, was ist das denn? Schweinfleisch mit Reis, okay. Nice. Oh, das war eine enge Kiste gerade. Ich hätte auch ins Hüßchen gehen können. Ach, herrlich. Hallo, Durchgang, bitte frei machen, por favor. Die kurz speichern nochmal. Falls wir sterben sollten, durch unerklärliche Gründe. You never fucking know. Weil überall sind crazy Gegner, all around the place. Und dann müssen wir jetzt zu... Zu der Eiden kommen. Keine Ahnung. Ich glaube, sie ist Cora. Die ist crazy. Crazy ist die einfach nur. Ah, nice. So, 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 so. So, so, so. Der will aufstehen. Scheiße. Jaaah, speichern. Jaaah, wo ist die Aldi? Die muss hier irgendwo stehen. Da ist sie. Was geht ab, Cora? Bitch. Alright, Cora. I found your four Keepsakes. Now, will you please explain what's going on here? Oh, this painting. And the ring. My goodness. I'm sorry, Dust. You see, these were my husbands. Many long years ago. This was my home. Which one is the four? You lived here? Whoa, you must have been loaded. But wait. If you lived here, why would you... Why would you move all the way outside of Rora and into that tiny shack of yours? It makes no sense! That's what I've never said. When my husband died, the estate fell into disrepair. All the servants abandoned us in a single night. My husband, you see, was not the most pleasant of people to be around. Then, of course, there was the source of his money. Oh. Druglord. What did he do? He was something of a war profiteer. He would give the King's General information about Moonblood's sympathizers. And receive money in return. Our friends. Our family. Nobody was safe from his treachery. Uh-huh. Let me guess. That general's name was Gaius. Why, yes. How did you know? Just a pattern I've been noticing is all. So wait. You're saying that demon we've been seeing is... My husband, Cain. His rage has consumed him. And now he is trapped in this place. Consuming the souls of wayward tra... With my own life drawing to a close. I knew it was time to put things right. But I fear had you not come along, I would not have been able to find these items and free... So, what do we do now? We've got your four wants in. Will these keepsakes quell his anger? They are meant to remind him of all the good things he left behind. Rage will become regret. And... Wait. Strike? Strike? Is there no other way off? Unfortunately, no. The power of those keepsakes will weaken Cain's rage. But we... Continue attacking him and the connection should break. Then I can cast the demon back into the darkness once more. Oh, now I have... No, I can do it again once again. Because if I burn already, you can probably get 50.000 AP have. I can still... Wait, I'm going to get it now completely. What's going on? Yeah, I can jump it somehow. Oh, that's so weird. That's why you have to look at it. Man. Well, you can't talk about it. Everything is cool. Hau Wie zur Hölle hat dem Von wo kam der denn jetzt Von wo kam der Alter Ich mache das locker flockig jetzt erstmal Ich will den Bosskopf mit einem Mal gewinnen Keine Zeit für irgendwelche Scheiße hier Explodiere du Scheißteil Das wäre nicht die guteste Art den zu töten Aber hey Solange der Job getan ist Ist alles cool Was war das jetzt Achso Come on Oh schon Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Korra, ich habe so sehr schreckliche Dinge gemacht. Ich habe meine Freunde verletzten, sie zurückgebracht zu General Gaius für Geld und Macht. Es ist okay, meine Liebe, ich weiß, ich weiß alles, und das ist warum ich dich verlassen habe, aber ich komme. Ich bin so sorry, Korra, ich sollte dich vertraut haben, ich sollte dich sagen, ich sollte dich sagen. Abandone mich, ich dachte, die eine gute Sache, die ich immer hatte, würde mich verlassen, um zu sterben. Ich bin jetzt hier, meine Liebe, und ich will... Und du, Robewon, du hast einen Weg gebracht, diese Demonic-Presence zu entfernen. Ich habe dir eine Begründung von Dank, die ich von... Actually, du kannst diese Begründung jetzt retten. Du hast mit General Gaius gearbeitet, und ich versuche ihn aus diesen Landen. Ich habe gesagt, du hast keine... Well, das ist easy. Simply go where there are Moonbloods. Their last remaining encampment is hidden far to the north, if General Gaius knew where it was. Do you know where in this hidden... Nobody does, except for the Moonbloods, and... What? There was a village of Moonbloods sympathizers in the mountains. I revealed their location to General Gaius. Everyone was supposed to be killed, but... Ginger? You're talking about Ginger? I'm afraid that's all I know. If you can find this Ginger, perhaps you will find your... Then we'd better hurry, Dust. Ginger's already got a head start on us. The work of the demon that imprisoned me, no doubt. With your twin souls, it likely did not want you to leave this valley, but... Twin souls? You did not know. You possess a rare gift. Two souls joined as one... Ara? What does he mean? I... Soon, Dust. Very soon. All of this will be explained. Come. We can discuss this later. You're right. But we can't just leave Cora here. That's alright, dearie. I've not the... Huh? Oh, no. It's my... It's my battery's dead. That's not so nice. Or have I not pressed anything for too long? I don't know. I've never pressed anything. I've never pressed anything. Okay, okay, chill. Hey, level up or what? No, no level up. Fuck you all. Oh, Kampfgrund. Level up. Nice. Mehrangriff. Noch mächtiger werden. So, ich will jetzt hier weg. Ich möchte von hier verschwinden. Erstmal speichern wir. Jetzt möchte ich von hier verschwinden. Ich hab keine Teleporter-Steine. Fuck. Ich brenne, aber verliere kein Leben. Doch, aber nur so ein bisschen jetzt auf einmal. Auf einmal. Vorher bin ich fast gestorben. Und jetzt nur so ein bisschen. Ist klar, ey. Okay. Wo kommt die denn her? Ich hab gefehlt. Ja, klar. Wow, what the fuck? Ne Troll-Kiste. Ne absolute Troll-Kiste. Hä? Waren wir hier schon mal? Wir waren hier doch schon mal. Wieso ist das Ding jetzt... Whatever. Fuck it. Fuck it. Oh, hell yes. Einfach durch. Einfach durchfliegen. Einfach durchfliegen. Toll. Tolle Garte, Jungs. Ganz tolle Garte. Gibt es hier noch irgendwas? Oder war das jetzt einfach nur... ...wann ich hier meinen Döner kriegen kann? Oh, Kapitel 4. Du hast eine neue Region in Nekna. Großartig. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Oh, es wird eisig. Sweet lemonade. Oh, sweet lemonade. Dö, 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 dö. Schwarzmoosberge. Und Wölfe habe ich da schon gesehen. Garstige Wölfe. Ein Hase. Oh, nein, Wölfe. Okay. Das ist schon mal nice. Nächste Wölfe ist down. Das ist klar, spring einfach mal über mich. Oh, die gehen mir auf den Sack, dass die anderen und springen. Ich bin in einem anderen Sack, weil ich das fertig bin. Mhm, mhm, mhm. Ich habe eine Kabine oder was? Oh nee, das geht dann kaputt. Okay Eine Notiz Unheimliche Biegung Der Schnee-Effekt ist super behindert Der Schnee selbst Ich bin richtig auf den B déser Jetzt First Was soll ich jetzt? Shut the fuck up! Ich sehe... Ah, hallo Freund! His actions ended many innocent lives, and while his spirit may be absolved now, we remember... He sees... Perhaps he was... Okay, he's small now. Uh, what do you have here? Is there anything valuable for me? Bullshit... 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 ...nein, nein, 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 next chance actions... ...we have to be kidding... Uh, hmhm... ...nein, not a false... I wanted to buy stuff, man! Genau... Ice... 100% health and healing... ...height small... ...I need stuff... ...we have 10 hot dogs... ...rein and coupled with the thing... Boom, boom... So... Ah... ...we have a box... ...okay... ...we have to go later... ...just like that... ...just like that... ...ah... ...that's awful... ...nervst... ...nervst... ...vielen Dank... ...OH! ...SHEICE! ...ah... ...toil... ...not happen... ...or... ...そ... ...animal... ...ah... ... decade... ...こう... ...nambfly... ...sody... ...oh... Alter Mann, spring doch nicht genau über mich Stück Scheiße, ey Ja klar Kein Bock zu sterben Absolutely fucking not Okay Cool Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wenn wir jetzt mal diese Scheiße hier schaffen Vielen Dank fürs Zuschauen Ihr habt lieber geil